kp live training heute thema hiv aids natürlich auch ein wichtiges zentrales thema bei dem sie sich auskennen müssen in einer kenntnisprüfung und wieder ein fall klinische notfallmedizin diese kombinationen die aber ihnen sehr beliebt ist heute im kp live training am dienstag um 19 uhr ich freue mich auf sie bis heute abend wenn sie teilnehmen möchten finden sie den link unterhalb des videos ich freue mich auf sie bis dahin